Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir wollen jetzt mal gucken, dass wir jetzt nie hochkommen. Na komm, schwerf, schmeiß das Ding. Noch mehr Schurken. Stinker muss in der Nähe sein. Okay, dann wollen wir hier mal alles zerstören und mal gucken, was wir hier machen können. Nein! Okay. Vielleicht wäre es eine gute Idee, nicht in diesen Zerkleinerer zu stürzen, Chase. Okay. Ich kann es nicht sagen warum, ich versuch mal. Bis zum nächsten Mal. Jawoll! Das ist die Das war's für heute. Dieses ummodeln der Mann, einerseits. Na, krieg ich was? Nix. Super, hab ich schon wahrscheinlich gehabt. Oh! Oh! Was ist das? Wo ist Stinker? Oh, ein Aufnahmegerät. Vielleicht ist darauf ein Hinweis zu finden. Fletcher-Lockbuch 3011. Ich wurde... Hä? Wer ist da? Auf ihn! Nicht versteckt das Aufnahmegerät, Boss. Sie haben Stinker. Aber vielleicht kann ich sie noch einholen. Nein, ehrlich. Oh Mann, ehrlich. Oh nein. Oh Mann, ey. Lange nicht gesehen, Akane. Rex Fury! Suchst du jemanden? Hinter dir! Wow. Lass ihn. Er kann sowieso nichts machen. Mein Kontakt hat jemanden, der uns einen nagelneuen LKW besorgt. Ein geschenkter Lego City Polizei. Oh, hey! Das ist der Gabel aus! Ah, wuhu! Hat mich ein Eiscremewagen gerammt? Könnte man meinen, aber nein. Wir machen folgendes. Ich gehe nochmal da hin. Und dann, ähm... Ab da hat ich die Aufnahmestart. Hat ja keinen Sinn, ey. Scheiße. Ja, ich... Zum Aufnahmegerät. Ja, ja. Genau, das war's. Ja, das war's. Er hat gespeichert. Bin gleich wieder da. So, ich hab mal gedacht, ich zeig nochmal, wie ich hier runtersegel. Drei. Au! Mein Kopf fühlt sich an, als hätte ihn jemand als Rambock benutzt. Mal gucken. Einfach mal... ...nochmal zeigen hier. Ich verstehe nicht, dass die mir irgendwo war... ...irgendwo ran. Wieso war das da überhaupt? Nach einer Weile gewöhnt man sich fast an den Schrecken. Ah! Warum ecke ich nur immer wieder an? Wow. Boah, krank, ey. Ich hab mal gezeigt, wie man hier runterfliegt. Gut, ich bin gleich wieder da. Also, ich bin wieder hier oben. Ich mach jetzt mal hier. Ich hatte, glaub ich, noch einen gefunden. Ich meine... Wir sind mal wieder hier, wo wir letztes Mal waren. Alles klar. Äh, ja. Ich hab alles wieder aufgesammelt, wie es war. Ich hab Steine wieder eingesammelt. Und, und, und. Ich hab mal gespannen. Jetzt machen wir das, was wir hätten machen sollen. Ah, ne. Ich hab noch nicht. Ich hab noch nicht. Lass auf. Lass auf. Ah, geht. Wo ist Stinker? So, hier gehen wir nicht rein. Hier haben wir den Bühnerzüchter. Nein. Sehr gut. Sehr gut. So, hier gehen wir, wenn wir den Bühnerzüchter haben. Hallo? Das ist ein Englisch! Meine Fresse! Das ist ein Englisch! Das ist ein Englisch! Das ist ein Englisch! Oh! Da war aber ein Wagen, oder? Hallo? Hoffentlich ist kein Riesenaffe auf dem Teil da oben! Boah! Nein, komm! Geh raus wieder! Bitte, bitte geh raus! Ach ja, er ist raus! Er ist raus! Okay! Oh! Aha! Oh nein, ehrlich! Wo ist denn dann die restlichen Sachen? Hm! Hm! Kann man denn noch was sehen, oder? 2-2! Ich hab alles! Okay, ich hab alles! Also man hat... Man sieht das! Ich hab alles! Okay, dann rollen wir mal nochmal! Dann haben wir alles! Alles klar! Ah! Sehr gut! Sehr gut! Oh! Ein Aufnahmegerät! Vielleicht ist darauf ein Hinweis zu finden! Fletcher-Lockbuch 3-0-1-1! Ich wurde... Hä? Wer ist da? Auf ihn! Ah! Ich versteck das Aufnahmegerät, Boss! Sie haben Stinker! Aber vielleicht kann ich sie noch einholen! Jawoll! Überspringen das! Sehr gut! Heigeschaltet! Unbegrenzt Dynamit! Yeah! Ja! Aber auch alles! Yeah! Endlich! Unbegrenzt Dynamit! Wie geil ist das denn? Ja! Sehr gut! Endlich! Ha! Hahaha! Ach! Herrlich! Ähm... Nein! Quatsch! Erstmals... Doch, gucken wir erstmal, vielleicht haben wir noch was. Also, wir sollten doch das machen. Nein! Können das doch so machen. Unbegrenzt Dynamit, wie geil ist das denn? Weiche Landung? Wir müssen jetzt im Prinzip alles machen, um das dann, dass wir alles kriegen, alle roten Steine. Da haben wir ja auch alles. Zeitläufe. Dann machen wir das hier, würde ich sagen. Aber ich würde, glaube ich, das sind die Wir müssen das neuere Schaaf-Klose hochheben sein. Wculos geliebter Spaß? Dann! 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 530 haben wir haha Oh, ein Boot fahren. Endlich feierabend Okay... Warte mal gerade... Ich bin gerade hier rüber... Okay... Und jetzt... Den hier... Hm... krank... Oh... Wen haben wir denn da? Momentchen... Sehen nicht die Unterfallen? Sehr gut... Reingeschaltet... Sehr gut... Da haben wir das auch... Ah ja... Da muss ich auch noch hoch... Alles klar... Ähm... Den hier... Sehr gut... Wunderbar... Auch wieder... Wow... Warte... 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 Ach... Die Scheiße... Ist alles noch was... Hier... Äh... Ne... Geh mal hoch... 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 Superbau... Hui... Klasse... Auch wieder... Geh mal hoch... 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 Geh... Hier unten auch noch... Geh mal hoch... Geh mal hoch... Wo... Warte... Du, meinst du... Okay. Ja, was ich? Okay. Ja, wir haben es geschafft. Gucken, wo wir jetzt landen müssen. Wir sind von mir. Scheiße, ehrlich? Ich will wieder zurück. Hallo? Scheiße. Entschuldigung, Polizeiangelegenheit. Warte, ich will wieder zurück. Das wird sicher Ärger geben. Ein bisschen zurück. Weil da gibt es ja bestimmt noch was, oder? Wo kamen die denn her? Auf der Brücke gab es auch noch was. Stimmt, stimmt. Da gab es auch noch was. Na. Wir machen aber gleich. Wir machen aber gleich. Wir machen aber auch alles später noch. Wir gehen aber erst mal zur Brücke. Wo war das denn? Wo waren wir denn? Das gibt mit Sicherheit eine Beule. Hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig. Warte mal, hier gab es bestimmt noch was, was wir machen müssen hier. Ich würde mal sagen, wir fahren hier mal rum. Hier war doch ein Auto. Hier war kein Auto. Oh. Na gut, dann werden wir nochmal über die Brücke gehen. Dann machen wir da diese Stelle. Aber ich muss ja mal gerade scannen hier. Wir scannen mal hier. Scheiße, ey. Scheiße, ey. Das schlägt sich auf die Prozente nieder. Ehrlich nicht, das war nix. Äh, ok. Momentchen, ich scanne nochmal keiner. Ehrlich nicht, das war nix. Dann schau ich, da teilt ja auch noch was. Er rutscht hier total, er ist ja schuld. Er rutscht hier runter! Wie Sau. Okay. Muss ich hier noch hoch. Gehen wir hier? Hä? Ah, okay. Warte mal. Kann sein, dass ich weiß, was es ist. Moment, ich weiß, was es ist. Glaub nicht. Warte, hier war ich doch schon. Warte mal. Ah, okay. Ich weiß, wie. Da war immer noch was. Ich muss hier hoch. Hier und hoch. Ah ja, gut, ich hab unbegrenzt, ne. Ah ja! Oh. Huh? Huh? Ah, das ist ein Feuer. Ah, ok, ok, ok. Ok, Feuer. Ah, ich fand es schön. Ach, Feuer. Ach, Feuer. Ah, komm. Ich geh jetzt nur mal hier rum. Hier rum. Ähm. Ah, ok. Ja, hier hab ich bestimmt auch schon. Ja, hier hab ich auch schon. Weiß auf, scannen nochmal kurz und dann machen wir die Folge. Ja, hier hab ich noch Feuer, ich hab Feuer gegeben. Boah, krank. War aber auch noch nicht. Jawohl, ich bin der. Jawohl, ich bin der. Ja, ich bin der. Ich bin der. Ja, ich bin der. Ich bin der. Ich bin der. Ich bin der. Ja, gut. Ich bin der. Ich bin der. Ja, ich bin der. Ja, gut. Was sagt denn die Uhr schon wieder? Ach, der Schmerz. Die Uhr. Boah. Die Zeit geht zu flöten. Ja, ich hoffe, ich habe alles hier. Äh, kann man das auf der Karte sehen? Den eigentlich auf der Karte. Moment mal. Nein. Nein, warte. Töne. Auto. 19 von 25. Ah, okay. Hier kann man alles sehen. 13 von 14. 3 von 4. Hier fehlt ein roter Stein hier. Auf der Seite. Okay, hier fehlt noch Autorennen. 3 von 6. Steine habe ich noch. Da fehlt noch einiges. Da fehlt noch einiges. Gebt die Video einen Daumen hoch. Abonnieren, liken, kommentieren. Bis dann. Ciao. Dicen Annual. Dicenal.